Das ist der Scheit-Birth-Mod von Pandasame. Ich würde mal sagen, wir pumpen jetzt mal die rechte und linke Seite ab. Und ich hoffe, es funktioniert. Gehst du jetzt dafür hin? Ja, gut. Ja, also ist auch okay. Ich würde das auch von der guten Brittany einfach machen. Warum auch drinnen auf dem Sofa das machen, wo es vielleicht bequemer ist? Man kann auch draußen einfach. Ja, ist okay. Niedriger Ertrag. Kann nur wenig Milch abpumpen. Trotz aller Bemühungen körperliche Körper nicht. Wie sich erhofft und die geringe Ausbeute erinnert daran, wie sehr sie zukünftig sind. Oh, dann können wir ja mal gucken, ob diese Kekse und so weiter helfen. So, dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Okay, jetzt haben wir bereit zu nähren. Dann können wir ja auf jeden Fall mal eine Seite abpumpen. Ach so, jetzt machst du es auch drin. Okay. Wunderbar. Da haben wir Muttermilch. Mit Muttermilch füttern. Und jetzt können wir...